. 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 Wir haben heute wieder eine vollgepackte Sendung. 30 Minuten lang voll mit Gaming und E-Sport. Und unter anderem blicken wir auf den Fußballmanager 2022. Und wir waren in Berlin und haben uns mit Hand of Blood getroffen. Einer der größten League of Legends Influencer Deutschlands. Und der hat jetzt ein eigenes League of Legends Team gegründet. Ein richtig großes Ding. Da hat sogar die Sportschau drüber berichtet. Und ihr wisst ja, wenn die Sportschau drüber berichtet, dann muss es ja groß sein. Ja, nur große Reportagen. So wie bei uns. Weil wir haben auch eine Reportage für euch heute. Und zwar über das grausamste, gefährlichste Tier der Gaming-Welt. Das CSGO-Huhn. Und wenn wir schon bei gefährlichen, grausamen Tieren sind, dann haben wir auch Hauke für euch wieder heute dabei. Und zwar, äh, hast du wieder was das mitgebracht? Nicht essen jetzt. Nein, nein, ich geh beim Essen. Ich hab meine Hühnerbrust mitgebracht. Vielleicht passt das Thema alles nachher. Jetzt, ich bin zurück mit einem was das. Das größte Comeback seit Corona. Und ich rede über Radikalisierung in Videospielen. Das gibt's nachher hier am Tisch. Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt geht's aber erstmal um ein Fußball-Game. EA Sport. It's in the game. Stop, stop, stop. Nein, nicht das. Fußball-Manager 2022. Es geht um den Football-Manager 2022. Das Spiel ist jetzt seit dem 9. November auf den Markt. Und nein, liebe NFL-Fans, ich muss euch leider enttäuschen. Es geht dabei nicht um euch, sondern es geht tatsächlich um Fußball. Und, äh, ja, der Entwickler ist Sports Interactive. Und den Publisher, den kennt man vielleicht. Und das ist Sega. Ah ja, von diesem, den kennt man von diesem blauen Igel. Der hier, oder? Nein, nicht der. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich mein den hier. Ah. Ja. Und, äh, ja, wenn man ehrlich ist, der Football-Manager ist eigentlich genau das, was der Name verspricht. Ein Manager für Fußbälle? So, wir müssen uns mal unterhalten. So geht das nicht weiter. Ja? Du kannst nicht immer alles schwarz und weiß sehen, ja? Man muss auch mal anecken. In dem Business läuft nicht immer alles rund. Aber du bist ja total passiv, ja? Dich muss man immer anstoßen, damit da mal was ins Rollen kommt. Ich verstehe das nicht. Ich habe generell das Gefühl, bei dir ist momentan einfach die Luft raus. Nee, also, nein. Man managt natürlich keinen Fußball, sondern man managt ein Fußball-Team. Ah. Und wo ist jetzt der Unterschied zu FIFA? Naja, ganz einfach. Man spielt nicht selbst, sondern man managt nur. Man heuert bei einem Verein an und managt den dann halt. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, das Ganze ist halt extrem detailreich. Man kann übertrieben viel einstellen, aber man muss auch auf sehr viele Sachen achten. Bestes Beispiel ist bei den Spielern. Klar gibt es da so Werte wie Schusskraft und Geschwindigkeit und so weiter. Es gibt aber auch so mentale Sachen, so wie Mut, Einsatzfreude, Rüstung, Mana, kritische Trefferwertung. Nee, irgendwie. Das ist das falsche Spiel. Okay. Aber wie sieht es denn jetzt mit Lizenzen aus? Wird dann aus so einem Juve auf einmal Pimonte? Nee, also so schlimm ist es nicht. Also ich kann meinen Hansa Rostock endlich wieder in die Champions League führen. Endlich wieder. Yay. Nee, also es gibt massig Lizenzen. Und nicht nur Lizenzen, sondern es gibt auch eine riesengroße Datenbank von 800.000 Personen sind das. Sowohl Spieler, aber auch Funktionäre. So Trainer, aber auch sowas wie Journalisten. Also jetzt nicht Hauke, Paul und ich, sondern echte Journalisten. Ja. Aber für eine Sache ist der Fußballmanager auf jeden Fall noch bekannt. Und zwar für seinen wirklich glorreichen Soundtrack. Hör mal rein. Ja. Wunderbar, oder? Also hat keinen, oder? Nee. Also beim Zocken halt einfach Spotify, oder? Ja. Richtig. Ja, und der Fußballmanager 2022 ist natürlich nicht der erste Teil der Serie, sondern es ist der Nachfolger von Fußballmanager R 2021, ganz genau. Und im Gegensatz zum Vorgänger gibt es tatsächlich gar nicht so viel Neuerung. Das eigentliche Spiel, also da wo man quasi simuliert, das sieht schon ein bisschen besser aus. Da können wir mal reingucken. Ja. Ich glaube wir sind uns einig, also an FIFA kommt das Ganze immer noch nicht ran. Dabei wird das nur simuliert. Naja. Mittlerweile gibt es da Mitarbeiter-Meetings. Je nach Corona-Ampel das Ganze dann halt per Zoom. Da kommen dann die wichtigsten Menschen aus deinem Verein, kommen an einem Tisch. Sei es der Jugendtrainer, Chefscout oder Sportdirektor. Und dann darf man sich da irgendwie ein bisschen durch die Gegend skippen und ja, und am Ende kommt dann irgendwas bei raus. Keine Ahnung. Deadline Day, der wurde für die Transfers ein bisschen überarbeitet. Wow. Aber overall muss man einfach sagen, es ist immer noch ein stinknormaler Fußball-Manager. Ja. Und wenn ihr da draußen vielleicht schon Erfahrungen mit dem Football-Manager gemacht habt, dann teilt die uns doch gerne mit unter dem Hashtag E-Fernsehen. Hashtag Sunset. Aber hauptsächlich Hashtag E-Fernsehen. So. Danny, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar warst du unterwegs? Wo? Ja. Ich war in Berlin und es ging um... League of Legends. Denn am vergangenen Sonntag wurde ein neues League of Legends Team vorgestellt. Soweit nichts besonderes. Aber Hand of Blood, einer der größten League of Legends Influencer, fungiert dabei als Präsident. Das hatte aber alles so ein bisschen anderen Vibe, oder? Ja, ja. Komplett anders. Wir können mal reingucken. Junge, merkt ihr den Moment hier? Das ist eh sportliche Geschichte. Und macht ordentlich. Denn hier ist real. Hier ist Spandau. Ja, und ich war dann halt in Spandau und hab mich da mit Hand of Blood getroffen. Übrigens ein alter Arbeitskollege von mir. Ja, und er wollte einfach nicht aus seiner Rolle des Präsidenten rausfallen. Ich schwöre dir, es wurde ein doch schon sehr spezielles Interview. Moin Moin und schöne Grüße aus der Hauptstadt. Denn hier in Berlin wird E-Sports Geschichte geschrieben. Nein, 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 nein. Spandau. Ja. Hier. Spandau. Lass mich doch bitte einfach mal meine Motze zu Ende machen. Nee, sorry. Dann können wir das ablassen. Hallo und schöne Grüße aus der Hauptstadt. Hier in Berlin. Spandau wird E-Sports Geschichte... Nein, Spandau bei Berlin. Spandau bei Berlin. Spandau bei Berlin. Hier in Spandau bei Berlin wird E-Sports Geschichte geschrieben. Spandau ist nicht für vieles bekannt, außer für Gaming und E-Sport. Ach ja. Und viele Influencer kommen von hier. Sei es Johnny, Maxim, Sola, Mori. Alle kommen von hier. Und hier in Spandau soll noch mehr entstehen. Und zwar ein E-Sports Team, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. So heißt es zumindest. Ein League of Legends Team mit dem Namen Eintracht Spandau. Und ich habe mir den Präsidenten, Herrn Knabe, einmal zum Interview geschnappt. Was soll das jetzt hier? Warum muss ich denn jetzt hier in Spandau irgendwas drehen? Also, nur weil jetzt hier irgendein E-Sport Team gegründet wird? Was? Nee. Da hab ich echt gar keinen Bock drauf. Eintracht Spandau soll der nächste große Stern am E-Sport Himmel werden. Doch mit Glanz und Glamour, den der E-Sport versprüht, hat das hier wenig zu tun. Im Spandauer Bock eine Kneipe im Herzen Spandaus soll zwischen Molle und Korn über League of Legends debattieren. Ja, hallo Herr Knabe, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in dieses wunderschöne Eck. Und auch danke für das hier. Prost. Prost. Ist das die Urigkeit, die Eintracht Spandau versprühen soll? Wieso urig? Ist doch ganz normal. Dann kommen die Spandauer rum und genehmigen sich allen, sind beieinander und tauschen sich aus. Naja, unserem Verein gibt's ja jetzt schon seit über 100 Jahren, haben eine lange Tradition und jetzt wollen wir mal in diesen E-Sport rein und uns so anbieten. Und unser Eindruck ist, dass da mal ein bisschen mehr Erfahrung nötig wäre. Und was machen Sie und auch Eintracht Spandau denn anders als so die ganzen G2s und Fanatics dieser Welt? Ja, keine Ahnung wie die alle heißen, aber wir machen es auf jeden Fall richtig, weil hier ist regel. Hier ist regel und das mit dem Klopfen ist auch regel? Okay. Also ich drüber lustig jetzt, oder? Nee, nee, nee. Ich frag einfach nur. Ich frag nur. Ich habe in meiner Karriere schon einige E-Sport Interviews geführt. Doch hier war klar, Hand of Blood, der von mir nur als Herr Knabe angesprochen werden wollte, nimmt seine Rolle doch ein bisschen zu ernst. Trotzdem wollte ich das Ganze irgendwie seriös zu Ende bringen. Wo will Eintracht Spandau dann hin? Also was sind so die Ziele, die man sich sportlich setzt? Sportlich wollen wir uns nächste Saison im oberen Mittelfeld absetzen. Durchaus. Äh, Prime League? Prime League natürlich. Und dann wollen wir durchaus in zwei Jahren EU Masters gewinnen. Und wenn es hart auf hart kommt, LEC und Worlds. Klar, langfristige Ziele auf jeden Fall in die Richtung. Also das erste europäische Team, das die Worlds gewinnt, wäre... Das wäre mal angemessen. Also eine richtige Worlds. Wie viele Saison spielen die schon? League of Legends? Viele, viele. Zwölf? Ja. Und Eintracht Spandau kann da anknüpfen und kann sagen... Will. Wird. Wird. Ja. Aber mit welchen Spielern möchte man die ambitionierten Ziele denn erreichen? Ich meine, die Prime League ist ja eher so Talentschmiede. Alles gut? Ja, danke Melli. Na ja, das sind ja langfristige Ziele. Also jetzt erstmal kurzfristig haben wir natürlich da... Was ich schon meinte, das ist eine Frage des Geldes. Da werden wir jetzt ein paar Leute da in unsere Mannschaft aufnehmen. Und dann nächstes Jahr nochmal heftiger. Ne? Also es gibt ja hier noch so den einen oder anderen Hauptstadt-Club. Big Clan oder so. Big Scheiße, sag ich immer. Na ja, und da werden wir dann die Runde machen. Und alles reinfahren, ne, in unsere Mannschaft. Größenwahn war das erste Wort, das mir dabei in den Sinn kam. Ein Größenwahn, der auch auf die Bewohner Spandaus abzufärben schien. Wer braucht schon Braunschweig oder Frankfurt, wenn er Spandau hat? Bei uns sagt man H-O-E, Eintracht Spandau. Ein Größenwahn, der sogar Vergleiche mit bekannten Fußballclubs nach sich zieht. Man sagt ja auch irgendwie, es ist das St. Pauli des E-Sports. Wer sagt ja sowas? Fans. Aha. Können Sie sich damit identifizieren, St. Pauli des E-Sports? Also St. Pauli, bei aller Liebe, die waren mal ihrer Fährte treu. Aber mittlerweile ist das doch nur noch so ein Brand-Ding oder so. Sind die denn noch so traditionell und das ist doch alles nur noch hier, um Absätze zu haben? Also ich weiß noch nicht, warum wir immer verglichen werden müssen. Wir sind ja die Eintracht, das sind wir. Und alle anderen sind uns erstmal ziemlich scheißegal. Diese Vergleiche finde ich albern. Auch dieses Lustige immer, das brauchen wir hier nicht. Das Interview ging noch eine ganze Weile und von Bier zu Bier wurden die Aussagen konfuser. Ein Mann wie Herr Knabe an der Spitze eines League of Legends Teams? Ist das der E-Sport, den wir wirklich haben wollen? Ja, das war's hier aus Berlin-Spandau zum Thema Eintracht-Spandau. Und ja, ich geb zurück ins Studio. Wie willst du denn mit so jemanden in der Führung ein E-Sports-Team gründen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dafür bist du jetzt nach Berlin geeiert? Spandau, Paul. Spandau. Sorry. Aber man muss ja sagen, es soll ja der nächste große Stern am E-Sport-Himmel werden. Ich mein Hand of Blood. Entschuldigung. Präsident Knabe. Der bringt auf jeden Fall Reichweite mit, deswegen hat sich das für uns gelohnt. Die wollen nächstes Jahr in der Prime League spielen. Höchste deutsche Spielklasse. Die haben noch nicht mal einen Spieler. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Von Berlin, Spandau, kommen wir jetzt aber wirklich zu einer positiven Nachricht. Und zwar zu den freshen News. Ich verspreche dich zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Sogar wenn du mal wieder anfängst, die Krümel zwischen den Sofakissen aufzusammeln und zu essen. Und so zu tun, als würde ich es nicht sehen. Was? Ihr wollt jetzt die frischen News? Und mitten in der Nähe schließen, sieht man das nicht? Na gut. Passend dazu eine Geschichte über den wohl süßesten Heiratsantrag in den letzten Tagen. Beim vergangenen PTL-Major, also der Weltmeisterschaft für CSGO, hat der Spieler Boomwitsch einen Heiratsantrag an seine Freundin gemacht. Aber nicht einfach so, sondern nachdem er das Turnier mit seinem Team Navi auch noch gewonnen hat. Seine Herzensdame hat das Ganze im Stream verfolgt und antwortete mit einer Instagram-Story. Und zwar mit… Ja, ich will. Boomwitsch ist zwar gerade erst mal 22 Jahre alt, aber man ist ja nie zu jung für die wahre Liebe. Vor allem nicht, wenn man mehrere hunderttausend Dollar Preisgeld auf seinem Konto hat. Entschuldigung, können wir jetzt langsamer fertig werden? Wenn ihr zufrieden, verschwindet endlich. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Können wir weitermachen? Ja, danke. Unangenehm. Und beim Thema Unangenehm bleiben wir jetzt auch, weil wir haben wieder Hauke für euch. Hey! Oh mein Gott, das ist weird. Warum hast du das gemacht? Und warum war ich nicht bei der Hochzeit eingeladen? Äh, engster Kreis. Ja, das tut weh. Aber wir reden jetzt auch über den engen, sehr gefährlichen… Ich schmatze zu sehr. Es geht um Radikalisierung im Videospielen, denn die neue Rechte ist da ziemlich aktiv. Und das gucken wir uns jetzt hier am Schreibtisch an. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist das? Und wenn es so trocken ist, dachte ich mir, jetzt springen wir mal eine kleine Wickelkatze mit. Guck mal, wie süß. Aber okay, vorweg ein paar Fakten. Videospiele machen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewalttätig. Auch wenn uns das immer wieder ein paar zu alte weiße oder orange Männer versuchen einzureden. Es gibt andere Dinge, die zu Gewalt führen. Wie Armut, psychische Gesundheit oder eben fehlende Bildung. Aber klar, Videospiele zu verbieten wäre ja so viel einfacher. Nur halt keine Lösung. Es wäre so viel einfacher. Auf der anderen Seite ist klar, dass Szenen wie die extreme Rechte Videospiele schon länger für sich entdeckt haben. Steve Bannon, früherer Chef der rechten Nachrichtenseite Breitbart, verdiente viel Geld mit einer Firma für dubiose Itemkäufe und Goldfarmige im World of Warcraft. Verkaufte die dann aber. Aber durch sein Engagement verstand er die Macht von Millionen WoW-Fans, wenn die einmal sauer weffers sind. Und er merkte, wie dort hasserfüllte Meinung gemacht werden konnte. Das ist das Kerngeschäft von Breitbart. Und 2016 wurde er der Berater von Donald Trump. Also von den WoW-Trollen zum Politik-Troll. Und in Amerika entwickelt sich zudem 2014 mit dem Hashtag Gamergate eine ekelhafte Hetz-Kampagne gegen Frauen und andere marginalisierte Gruppen in der Gaming-Szene. Und es ging los mit einer Behauptung von einem Ex-Freund über eine faire und positive Berichterstattung zwischen einem Videospiel-Journalisten und der spieleentwickelnden Person Zoe Quinn. Und Zoe versteht sich als nicht-binär. Genug Grund für einen großen Internet-Mob, das virtuelle Maul aufzumachen. Und diese im Kern sexistische Hetz-Kampagne gilt auch als Katalysator für die Entwicklung der Alt-Right-Bewegung in Amerika. Alt-Right-Bewegung ist übrigens keine Tassenkombination, die ihr umbeinden müsst. Nein, die Alt-Right sind die modernen Rechtsextremen in den USA. Die sagen, die Konservativen sind uns nicht konservativ genug und auch zu wenig im Internet. Und zack, da muss man für den Hashtag Gamergate gar keine peinliche GTA-Animation basteln. Männliche Gamer wehren sich. Massiv. Unter dem Hashtag Gamergate trollen sie Gamerinnen und Entwicklerinnen. Das lief safe nicht so ab, nur wenn man es in GTA nachbaut. Aber Grüße an ZDF und Frontal21. Die haben das versucht so darzustellen. Ich weiß gar nicht, warum es da einen Shitstorm gab. Aber auch in Deutschland haben wir organisierte Versuche der Unterwanderung. Leute aus der extremen Rechten versuchen in Gaming-Communities Fuß zu fassen und sich dort zu verbreiten. Das machen sie, indem sie Events machen, die ganz explizit Gaming-bezogen sind. Die haben auch einfach Strategien, Strategiebücher quasi, wo auch das aufgerufen wird, Gaming stärker zu nutzen. Es gibt fucking Strategiebücher und früher sprach Nazi-Organisationen gezielt arme weiße Jugendliche auf der Straße an. Und heute nutzen Rechtsradikale eben zum Beispiel Videospiele. Die dann auch nicht zwingend Gewaltdarstellungen enthalten müssen. Und da erreicht man krass viele Menschen. Das Internet ist quasi die neue Straße, was rechte Flyer-Aktionen angeht. Und inzwischen zocken so viele Menschen. Alleine in Deutschland sind es laut Gameverband 34 Millionen. Und wenn ich mal online zocke, könnte ich schwören, dass selbst deutsche Haustiere mitspielen. An den Hund, der mir da letztens auf Alang nicht flashen wollte. Wenn ich dich kriege. Username Rex. Dazu kommen Communities auf der Spiele-Plattform Steam, auf Discord-Servern, wo man chattet. Und da geht es dann eben nicht immer nur um Gaming-Themen. Dort funktioniert halt auch sehr viel an Kommunikation, die im Endeffekt dann auch wieder mit politischen Inhalten zusammenhängt. Also Memes oder bestimmte Funktionen, die in Games benutzt werden, können halt auch benutzt werden, um rechtsextreme Ideen rüberzubringen, um Rassismus zu produzieren. Ja, und das betrifft dann Chats, Profilbilder, Profile und Gruppen. Und wenn jemand Kebab-Remover heißt, ist das nicht zwingend ein Gag wegen seinem Böhnerkonsum, sondern wahrscheinlich ein Bezug auf ein antimuslimisches Meme, das auch der rechtsradikale Christchurch-Attentäter auf seiner Waffe stehen hatte. Und dann landet man plötzlich zwischen normalen Memes und Co. bei rassistischen Aussagen, die dann darunter verschwimmen. Und das führt dazu, dass... Also wenn man die ganze Zeit mit rassistischem Humor quasi oder wenn Rassismus im Humor verpackt wird und das aufgegriffen wird, dann ist da schneller eine Connection zu machen, als wenn die Leute einfach so angequatscht werden. Und das finden wir häufiger in Gaming-Räumen, dass darüber Leute quasi durch den Humor eine Verbindung aufgebaut wird und die Leute dann rübergezogen werden in die geschlosseneren Räume, sag ich mal, wo dann die eigentliche Ideologisierung stattfindet. Und das ist mega tricky. Das machen sich zum Beispiel die Nazi-Hipster von der Identitären Bewegung zunutze. Martin Sellner, hier zu sehen, wie er für Hitlers 30. Geburtstag vorglüht, ist einer der Köpfe der Identitären. Und er hat einen eigenen Videospielcharakter in einem inzwischen indizierten Videospiel. Und dort kämpft man dann gegen eine jüdisch-schwule Weltverschwörung oder eben auch gegen Jan Böhmermann. Und ich von der Innung Deutsche Clowns an Schreibtischen verachte das zutiefst. Aber das ist natürlich nur die plakative Spitze von Nazis, die ihre Ideologie über Kultur, in unserem Fall Videospiele, vermitteln. Die neue Rechte nennt das Metapolitik. Doch generell gilt. Also wenn wir uns halt angucken, dass es irgendwo Rassismus gibt, dann macht das keinen großen Unterschied, ob das jetzt in einem Fernsehbeitrag ist oder halt in einem Buch oder halt in einem Videospiel. Und auch andere Experten wie Christian Huberts sind sich sicher. Gaming-Kultur hat kein Nazi-Problem. Die Gaming-Kultur ist grundsätzlich nicht anfälliger für rechtsextreme Strömungen wie andere Kulturen. Aber sie hat in den letzten Jahren eben noch nicht so die Widerstände entwickelt, wie man sie jetzt zum Beispiel in der Fußballkultur oder so beobachten kann. Also die extreme Rechte hat die Gaming-Szene im Blick. Weil eben auch viele junge Männer da zocken. Was Kernklientel ist. Und es gibt Strategien, die von unterschwelligem Einfluss über Memes auf Discord-Servern in Steam-Gruppen oder auf Twitter und Co. bis hin zu billigen Propagandaspielen reichen. Wichtig ist zu verstehen, dass sich rechte Ideologien auf unmoderierten Plattformen, was Steam und Discord eben meistens sind, oft sehr wohlfühlen. Genauso wie sich wichsende Neunklässler unbeobachtet in der letzten Reihe auch sehr wohlfühlen. Daher gilt dort, wie in der 9. Klasse für die mündliche Note, melden, 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 wenn man etwas Grenzwertiges sieht. Doch was machen, wenn jemand in die Fänge der Rechten gerät? Es gibt in jedem Bundesland Ausstiegsberatungsstellen. Auch mobil findet ihr unter dem Link hier unten. Und den Nerds da draußen haltet die Augen auf, damit wir die Nazis aus unserer Community raushalten können. Denn der einzige rechte Arm, den ich oben sehen will, ist der von meiner kleinen Winkelkatze. Wobei, das ist Ihr Linker, aber ihr wisst, was ich meine. Oder? Also so eine Miniatur-Version von Paul würde ich mir auf jeden Fall auf dem Schreibtisch stellen. Hey, aber mach das mal sieben Minuten. Okay, kommen wir zurück wieder zum Thema. Denn ihr kennt das doch selbst vom Online-Zocken, oder? Dass ihr mal jemand mit dem Hakenkreuz-Profilbild gesehen habt oder jemand, der so ein bisschen Scheiße geschrieben hat im Chat. Das kennt doch jeder von uns. Ja, absolut. Und das Wichtigste dann ist auf jeden Fall Maul aufmachen und vor allen Dingen melden. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Einfach auch mal den Melden-Button drücken. Das gibt's eigentlich in jedem Spiel. Und dann sind natürlich vor allen Dingen auch die Spieleentwickler in der Pflicht, da mal ein bisschen entgegenzuwirken. Was ja auch problematisch sein kann. Ich meine, ich liebe Memes, aber auch da kann sich ja vielleicht das ein oder andere so runterschleichen, das nicht ganz so ist. Genau, auf den ersten Blick sind die vielleicht irgendwie lustig, aber die haben dann eine menschenverachtende Message, die irgendwie da drunter mitschwimmt. Und das ist halt ziemlich scheiße, aber jetzt wisst ihr ja Bescheid, worauf ihr achten solltet. Ja, danke Hauke. Und ihr wisst ja auch Bescheid, dass ihr immer fleißig kommentieren könnt unter dem Hashtag E-Fernsehen und Hashtag Sunset, aber E-Fernsehen zuerst. Und wir picken uns dann immer die besten, weirdesten, schlimmsten Kommentare raus und küren ihn wöchentlich als den goldenen Post. Und diese Woche ist der goldene Post Ja, ja, komme ja bald von Knossi. Knossi? Jungs, er kommt doch. Er kommt doch? Er kommt doch? Wer kommt? Ja, Knossi, wir würden uns auf jeden Fall freuen, du weißt ja einfach bei E-Fernsehen klingeln. So, und wir machen das Studio jetzt mal ganz kurz nochmal Knossi-freundlich und danach sprechen wir über das gefährlichste Tier der Gaming-Welt. Bleibt dran. Willkommen zurück zum klassischen E-Fernsehen und jetzt, wie versprochen, geht es hier bei uns um die grauenvollsten, grässlichsten, monströsesten Kreaturen der Gaming-Welt. Das CSGO-Huhn. Es ist ein Rätsel der Tier- und Wissenschaftswelt, ein Mysterium, welches seinesgleichen sucht. Das gemeine Counter-Strike-Huhn. Auch bekannt unter dem lateinischen Namen Pollum contra ictum gehört es zu den am wenigsten erforschten Lebewesen auf diesem Planeten. Die Spezies, angesiedelt in einem sehr begrenzten Lebensraum, erregt schon lange die Aufmerksamkeit renommierter Forscher. Scheinbar unbehelligt von lauten Schussgeräuschen treten sie immer inmitten von Anti-Terror-Kämpfen auf. Huhnforscher Hans Tschick empfindet dies als äußerst grotesk. Jahrelange Untersuchungen zur Entstehung des Pollum contra ictum liefen bisher ins Leere. Die Hühner sind einfach da und auch irgendwie immer ausgewachsen. Jeden Tag scheinen sie wie von selbst auf der Map zu spawnen. Und sie sind manchmal sogar vor den Menschen in der Wohnung. Sie haben einen eigenen Willen, lassen sich aber auch zähmen. Ab und zu laufen sie auch einem einfach hinterher, die kleinen Biester. Ein Fakt, der auch den Deutschen Ornithologenverband sprachlos lässt. Vögel legen Eier. Dies konnte bei den Pollum contra ictum bislang nicht nachgewiesen werden. Wir können die Counter-Strike-Hühner somit nicht als Vögel deklarieren. Für Herrn Tschick ein überraschendes Statement. Für mich sind die Ähnlichkeiten des Pollum contra ictum zu herkömmlichen Hühnerarten allerdings zu gravierend, um sie einfach so zu ignorieren. Tatsächlich weisen die kampferprobten Hühner wenig bis keinerlei Unterschiede zu ihren Artgenossen auf. Ein ähnlicher Körperbau ist eindeutig. Abhilfe könnten in diesem Fall Bilder eines anonymen Reddit-Nutzers sein. Auf einem dieser Bilder sieht man ein CS-Huhn mit etwas, das Ähnlichkeiten zu einem Ei aufweist. Verschwörungstheoretiker der VDH, kurz für Vereinigung der Hühner, interpretieren dieses runde Objekt als Granate. Dies wirft Forscherinnen und Forscher eindeutige Fragen auf. Sollten diese Bilder real sein und keine Nachbearbeitung erfahren haben, stellt uns das für eine große Frage. Granaten, der natürliche Erzfeind des Counter-Strike-Huhns, in einer Korrelation mit deren Fortpflanzung, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Eine Verknüpfung zwischen Granaten und dem CS-Huhn würde das draufgängerische Verhalten der Hühnerrasse erklären, teilte uns Jannis Sulm, Vorsitzender der VDH mit. Zumal die Hühner sogar einen Geschmack für Mode besitzen. Manche Hühner haben sogar Hüte auf oder ihre nordischen Varianten tragen Pullover. Unter uns kein Wunder bei der Eiseskälte, die die Russen auf den Servern verbreiten, nicht wahr? Gefährlich bleibt es für die alternativen Hühner allemal. Schon häufiger gab es Auseinandersetzungen zwischen der besonderen Hühnerrasse und Individuen, die sich als E-Sportler bezeichnen. Hühner sind Geselle gewesen. Sie versuchen sich sogar als Türsteher und lassen manche E-Sportler nicht hinein. Mit fatalen Folgen. Wieso es zu diesen Vorfällen kommt, ist für Chick eindeutig. Die Hühner laufen gerne dem Menschen hinterher. Was für sie als angenehm empfunden wird, hat in Konfliktgebieten schon große Wendungen mit sich gebracht. Der Einfall der Menschen in den natürlichen Lebensraum der Hühner soll also unzählige Male das Leben eines oder mehrerer Hühner gekostet haben. Eine große Frage bleibt weiterhin, wer war zuerst da? Huhn oder Ei? Wir wissen wenigstens, wer zuletzt da ist. Ja, Rib, bist du Guthuhn oder Huhnleugner? Oder Huhn-Schwurbler? Einfach nur Huhn. Einfach nur Huhn. Aber irgendwie habe ich jetzt Bock auf Chicken Nuggets. Naja, die kann ich mir jetzt holen, weil es ist tatsächlich schon wieder das Ende dieser Sendung. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nicht vergessen, Hashtag E-Fernsehen, Hashtag Sunset. Vor allem wichtig in diesen grauen Zeiten. Und YouTube-Kanal. Auch nicht vergessen, auszuchecken. Da müssen wir auch noch rauf. Ja, genau. Und dann nächste Woche letzte Sendung vor der Winterpause. Also schaltet auch dann wieder ein. Tschüss. Ciao. Cringe, Bro. Du hast immer noch Glitzer im Gesicht. Gutschi, Glitzer. Meine Kinder Gottes, hier könnt ihr neue Videos sehen, hier könnt ihr abonnieren und die heilige Glocke natürlich nicht vergessen.